Und Sven? Ja? Schrei mich nicht so an. Einer musste ja immer die Meinung zeigen. Ich bin jetzt bei Postler, brauchst du mich nicht mehr so anschreien. Was machst du? Ich bin jetzt bei Postler, brauchst du mich nicht mehr so anschreien. Ah ja, ja, wie war? Gut. Ja, cool war's. Philipp war eigentlich mal fertig. Und bei der Post jetzt, oder was? Ja. Hast du ein altes schickes Fahrrad gekriegt, oder was machst du? Nein, 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 nein. T5 habe ich bekommen. Nein, T5 oder Kelly, schauen wir mal. Ach so, okay. Oh, fuck's mal. Fahrrad wird abgeschafft. Verstehe ich nicht. Was? Lieber wieder Roller-Blade. Roller? Roller-Blade. Oder, oder der Roller? Der Roller. Gibt's zwei Roller. Ah scheiß Roller. Ja. Kannst doch Roller fahren, ne, wenn es schläft. Ja. Kannst doch für Roller fahren. Joa. Ach, schade. Aber die Trikots sehen cool aus, muss ich doch sagen. Mö? Ja. Ja. Wäre die gemacht? Rocko oder Dusche? Ne, Rocko. Rocko. Ich doch nicht. Kommt Zeit. 2,5 Minuten. Aber irgendwie sehen wir so aus wie der Linienrichter. Ach, Quatsch. Ja, Paterlook. Da unten hat auch ein rotes Trikorn. Häusen. 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 Was? Rocko. Steven. Ach so. Ach so. Hallo. Also. Ich bin ja rechts. Was stimmt für den Torwart? Ja, wir haben ein Zeitspiel. Ne? Wow. Oh. Das ist gut. Hast du Rückpass gemacht Sven? Ne. Okay. Ciao. Ciao. Ja, warum nicht, ne? Machst du den Preis los? Alles klar. Ja, ist kein Problem. Ich möchte es machen. Ich möchte es machen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich auch nicht. Ach klar, du bist ein Hacker. Ja, weil ich immer beim Level ab nur die Kacke da kriege. Hab ich noch erwischt. Oder das später dreckiges Redner sich hier mit der Karriere einen reingeschossen hab. Aus 30 Metern. Naja, sehr toll. Oh, der braucht so lang. Was? Geld? Wundert dich das noch? Wahnsinn. Wobei hab ich doch gar nichts gemacht. Nein, nimm doch ordentlich mit. Oh Mann, schöner Pass. Oh, Caro. Oh. Oh. Scheiße, Pfosten, fick dich doch. Was war denn das? Was war jetzt? Habe ich. Huuu. 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 Speedgoal. 3 Punkte. Huuu. 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 So? 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 Ach man ey, das auf ner Gerätschülle ist so scheiß Ehe. Okay, das ist so scheiß Ehe. immer wer ist da was das ist eine tablette ja 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 erzählen wir alle ich nehme auch immer tabletten ok danke okay fairer weil sie sehen sogar aus wie smarties viele bunte smarties ne gelbe gelbe smarties schade der pot mann oder oder kippe ich kann zu den händen herkopf geschossen Oh Good Good Yep Wow Wow Ja Ist klar Das ist doch so Kommt einmal aufs Tor Ja War nicht gleich so AJ start AJ start AJ start Ja du bist nicht zu fassen ey, ich hab meinen heute geproatet übrigens Und den Nacho Man auch Nacho, 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 nacho man, hey got to say I want those nachos Okay Wer ist Dieter Bohlen? Ist der Schwester von Thomas Anders Die Schwester? Kann man so sagen Tommy Anders Warum kriegt er nicht von Platz, wenn er den Sven da umgrätscht? Warum kriegt er nicht Geldbrot der Typ? Ja weil er Was der Gegner hat es ist Scheiße wollen er Was? So Schön Da liegt er Da liegt er Da liegt er Jetzt bin ich dran Ciao Und Mike noch Da hätten wir alle Es Unknown Fertig Was, ich? Geld für Soul Glow. Voll geil, wenn das Spiel mit Spracherkennung wäre. Dann würde ich das alles als Beleidigung aufpassen. Wir schreien so Junge alle 3, direkt rot. Der hat mich schon wieder umgepönt. Umgepönt. Sauber. Schmutzig. Ciao. Ciao. Ja. Bye. Ciao. Alejandro. Alejandro. 11 Meter. Ich schiess. Ciao. Ciao. Habe ich geölbt, eben. Guck mal. Schön der da rein fliegt. Ich seh's noch nicht, ich seh nur noch den Jubel. Den Olsen sieht man da hin. Olsen! Ich glaub wie der passt. Der passt erst mal. Bast wackelt in der Luft. Ciao. Schön, ciao. Hab ihn erwischt. Ciao. Endlich. Ach lecker, super mal. Scheiß Roller. Gehen wir danach raus wegen Patrick? Ja, wenn er fertig ist. Patrick, wie weit bist du? Gut. Gut. Ja. Ja, den hab ich immer besser geschossen. Ciao. Ja, da steht der Schwen nicht mehr. Alles für uns? Okay. Ja, blöder Pass. Sorry. So wie er da. Ich freu mich, dass ihr euch so überreut, dass ich wieder da bin. Diese riesige Anteilnahme ist umwertig. Willkommen zurück. Ciao. Danke. Ne, nett, ciao. Willkommen zurück. Ciao. Ciao kannst du sagen, wenn er wieder geht. Ciao. Ja. Er ist angegangen. Er ist doch vom Feld gegangen. Ja, jetzt ist er so zurückgekommen. Also sagen wir willkommen zurück. Ich hatte gerade den Ball, deswegen hab ich das nicht so registriert. Ja, sei dir. Also. Da geht einer raus. Ich bin's nicht. Wer kocht denn da von euch? Ich hab auch die Küche im Wohnzimmer. Der Stefan hat so zwei Teller neben sich stehen, die immer mal aneinander klatscht. man freut den immer. Also mit diesen Affen mit den zwei, äh, ja, das wollte ich meinen. Ja, ja. Ja, ich wollte das gut. Ja, ja, ja. Bing, 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 bing. Da hat der Stefan ne Gabel und zwei Teller und dann klatscht oder so immer mal zusammen. Ja? Mir macht das nämlich Spaß. Scheiße, ich schieß. Haltes Meter, Sven schießt. Naja, ist draußen. Sven ist draußen. Hol mal bitte rein! Ne, ist vorbei! Was? Wir haben gegen Leons Club gespielt. Wer ist Leon? Der Club von Leon.